Ja, wir freuen uns sehr. Ich freue mich insbesondere stellvertretend für das gesamte Konsortium Simcas 3D, Simulation von Kaskadeneffekten beim Ausfall von Versorgungsinfrastrukturen, das wir den GES Best Practice Award des DVW verliehen bekommen haben. Und das Projekt ist ein großes interdisziplinäres Projekt, an dem viele Partner der TU Berlin, aber auch der Industrie aus dem Bereich Geoinformationssysteme, aber auch aus dem Bereich Soziologie teilgenommen haben, gemeinsam mit den Versorgern in Berlin, das heißt also mit den Wasserversorgern, mit den Stromversorgern, Gasversorgern, Fernwärmeversorgern. Und das Projekt hat zum Ziel, Kaskadeneffekte zu ermitteln und zu simulieren. Das heißt also, wenn irgendwo Strom ausfällt, dann pflanzt sich das fort, auch in die Wasserversorgung, auch in die Gasversorgung. Und wenn die Gasversorgung ausfällt, dann kann möglicherweise irgendwann kein Strom an anderer Stelle mehr erzeugt werden. Sodass also tatsächlich sich so ein Ausfall bis zur großen Katastrophe aufspielen kann. Das war bislang nicht möglich, so etwas gemeinsam zu betrachten und ein übergreifendes Bild zu entwickeln. Das haben wir getan mit dem Projekt Simcas 3D. Wir haben das allerdings auf zwei Ebenen getan. Einerseits eben aus der Sicht der Soziologie, die sich also angeguckt haben, wie funktionieren Kommunikationsstränge, beziehungsweise wo klemmt es bei der Kommunikation, wenn tatsächlich solche Kaskaden auftreten und welche Effekte können dann da auftreten. Und auf der anderen Seite haben wir es auch von der Seite der Geoinformation, des Geoinformationswesens her betrachtet, was können wir eigentlich erstens nutzen, um ein gemeinsames Lagebild darzustellen, indem wir also die verschiedenen Ausfälle gleichzeitig darstellen. Und auf der anderen Seite, wie können wir die Netze so simulieren und modellieren, dass wir tatsächlich genau diesen Ausfall rohrleitungsscharf oder leitungsscharf simulieren können. Das heißt also, in dem Moment, wo irgendwas ausfällt, wird durch den Simulator tatsächlich propagiert, was ausfällt. Dadurch, dass wir das Ganze mit dem dreidimensionalen Stadtmodell von Berlin gekoppelt haben, haben wir auch die Möglichkeit gehabt, erstens interaktive Visualisierung dazu zu fügen und auf der anderen Seite Abschätzungen zum Beispiel darüber zu machen, wie viele Personen sich zu einer Uhrzeit in einem Haus aufhalten, sodass bei Ausfällen auch dann gleich ganze Abschätzungen der Bevölkerungszahlen, der betroffenen Bevölkerungszahlen ebenfalls möglich waren. Untertitelung des ZDF, 2020